Der Umgang mit dem Inhaftierten, dem international als Terroristen Gefährdeten und, pardon. Ja, ja, erzähl ich, lass mal gut sein. Wir löschen einen erfolgreichen Tag für Sie. Stanislaw, der Pöbel, der stört die Einheitsparty und blökt. Heutzutage, 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 Heutzutage. Die Pöbler wurden bis auf wenige Meter an die Ehrengäste herangelassen. Stanislaw, deine Polizei wirkt wie, als wär sie rechts oder blöd. Ein Terrorist, der entwischt, weil das Einsatzteam leider sächsisch ist. Von Flüchtlingen geschnappt, fertig verpackt, doch in der JVA sind nur Sachsen da. Stanislaw, deine Beamten, die schlammten zu sehr. Stanislaw, einen Erhängten, verhört man nie mehr. Tillich, Tillich, ganz schöner Sachplan bei dir. Auf wessen Kappe geht das eigentlich alles? Ach so. 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 Vielen Dank.